Obwohl Elena Carrière der Öffentlichkeit schon vor Monaten ihren neuen Freund vorgestellt hat, postet sie erst jetzt die ersten Selfies als Bar. Es war eine kleine Überraschung, als Elena Carrière im September plötzlich mit einem jungen Mann an ihrer Seite aufkreuzte. Schließlich hielt sich das Model zuvor immer sehr zurück, wenn es um Infos über das Privatleben, insbesondere die Liebe ging. Doch seitdem der isländische DJ Bjarki Runa Sigurdasson in Elenas Leben getreten ist, ist nichts mehr wie vorher. Elena Carrière will keine Langeweile. Plötzlich schwärmt sie von ihrer neuen Liebe und verrät, dass sie Bjarki schon nach einer Woche ihrem Vater, Schauspieler Mathieu Carrière, 71, vorgestellt hat. Der zeigte sich total begeistert von dem neuen Freund seiner Tochter. Mein Dad findet ja generell nichts schlimmer als langweilige Menschen und er meinte, Elena, Island finde ich schon mal super spannend, er hat ihn auch zwei Stunden über Island ausgefragt. Er meinte dann, okay, spannender wird es, glaube ich nicht mehr, Und auch Elena scheint es in der Beziehung noch längst nicht langweilig geworden zu sein. Das beweisen jetzt die ersten Selfies als Paar, Die die 25-Jährige anlässlich des Weihnachtsfestes auf Instagram postete. Darunter findet sich nicht nur ein Foto, auf dem Elena liebevoll ihr Gesicht an das ihres Freundes schmiegt, sondern auch eins, auf dem sie ihm mit der Zunge ins Ohr geht. Bjarki verzieht währenddessen das Gesicht. Ja, Spaß haben die zwei auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt die emotional stressigstehen. Tage des Jahres mit Leichtigkeit und Sinn für friedliche Akzeptanz genossen. Und für diejenigen, die diesmal nicht bei ihren Liebsten sein konnten, Ich sende euch Kraft, Liebe und Mitgefühl, denn es werden bessere Zeiten kommen, schrieb Elena zu den Fotos und begeisterte damit ihre vielen Fans. Beziehungsweise Halt Beziehungsweise Halt